Fieps! Ja! Ja! Ich hab voll den Ohrwurm! Voll nervig! Einen Ohrwurm? Du hast ein... 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 ein Wurm im Ohr? Wo? 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 Nee, ich hab einen Ohrwurm! Ja sag ich doch! Nur Ohrenwurm! Iiiiih! Herr Frieda, was denn? Ich find's jetzt nicht cool, wenn du einen Wurm hast. Warum das denn? Ja, wir wollten keine Haustiere mehr nach... Ja, das tut mir ja auch leid! Ich will den ja auch nicht haben! Ich find den voll nervig! Den Wurm? Ja! Sag mal, wie sieht der denn aus? La lala 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 lala! Was hab momentan so einem Wurm zu tun? Hä? Einen Ohrwurm! Ach so, ein Ohrwurm! So mit Musik im Ohr! Dass ich die ganze Zeit den... den... dein... dele Musik... die Musik im Kopf hab! Ach sooo! Jaaaa! Sovon so ein Radio hinter dem Kopf ist? Genau! Oh! Das ist voll nervig! Ja! Mensch, da musst du noch mehr singen, glaub ich. Dann hilft das! Meinst du das hilft? Ja, sieh mal nochmal. Was machst du denn? Beatboxen. Das hört man doch. Boah, voll cool. Ich möchte auch mal Beatboxen. Okay, ähm, warte. Was mache ich denn dann? Du konntest rappen. Ich könnte rappen. Oh, aber da brauche ich noch meine Kappe, damit ich cool bin. Oh ja, Moment, ich höre auch meine. Okay, auf geht's. Siehst du überhaupt noch was? Nee, okay, egal. Alles für die Kunst. Ey, yo. Wir sind hier die Sockenpuppen und wir rocken hier das Haus. Wir rocken hier das Haus. Nein, meine Kappe ist rot. Ich kann nicht mehr weiter rappen. Das geht nur um meine Rapper. Das ist ganz cooler Text. Wir sind die Sockenpuppen. Rapsockenpuppen. Rapsockenpuppen in the house tonight. Meinst du? Wir können das noch besser machen? Oh ja, was können wir denn noch besser machen? Hm. Vielleicht. Instrumenten. Instrumenten. Ja. Ähm, 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 ähm. Okay, warte. Ich würde sagen, jeder geht mal gerade in sein Zimmer und geht Instrumente holen. Und dann gucken wir mal. Ja, genau. Bis gleich. Bis gleich. Hey, was machst du denn mit dem Käse? Das ist eine Trommel. Ach so. Und was hast du da? Das ist eine Prosaune. Das sieht man doch, oder? Ach so. Ich dachte, du wolltest ja schon wieder putzen. Nee, das habe ich jetzt vor zwei Jahren. Ach so. Dann ist ja gut. Okay, dann, ähm, sollen wir einfach mal anfangen so? Ja, genau. Sollen wir doch dazu singen? Ja, oder? Ach so, ich weiß nicht. Für mich finde das ein bisschen schwierig. Ich muss ein bisschen pusten. Aber du möchtest ja singen. Okay, auftragen. Eins, zwei, drei. Socken, bocken, lalalala. Socken, bocken, lalalala. Oh, das ist voll, voll einschränkt. Ja? Musst du auch viel pusten? Ja, ja. Nee, ich kann nicht mehr pusten. Wir müssen uns dann was anderes ausdenken. Vielleicht kann ich ja mal pusten. Ja, kannst du gerne machen. Ich kann dann pfeifen. Oh, ja, das ging cool. Ähm, warte mal. Ich habe voll die gute Idee, was dazu passt. Moment, ich räume die Posaunen gerade mal weg. Was ist das denn? Reine. Zieh. Harmonika. Sieht man doch. Das ist eine sehr gute Idee. So, reine hohe Harmonika. Sie ist gerade weggeholt. Ja, das muss man aber auch immer haben. So Multifunktionen und so. Ja, ist ganz wichtig. Okay, dann, äh, auf geht's. Auf fünf. Ja, sehr gut. Drei. Sieben. Fünf. Vor das gute Ende. Ja, fand ich auch so toll. Was ist das nochmal machen? Ja, dass du seine Bällen gründen. Ja! Weißt du was? Kann dir noch den Elefanten da mit reinbringen? Oh ja, der Elefant, der hat sicher voll viel Spaß da drin. Weißt du kurz? Elefant! Da bist du ja. Hallo! Hallo Elefant. Was kann er denn? Töre! Das kann er. Ja, sehr gut. Okay, der macht da Töre. Was brauchen wir noch für eine Bälle? Ich habe da noch was Gutes in meinem Zimmer gesehen. Ich hole das kurz. Tada! Eine Bälle. Ich habe ein Rassel-Ei gefunden. Die sind so toll. Die sind echt cool. Die sind richtig cool. Dann machen wir jetzt eine richtige Bandmusik. Ja, wer singt denn? Du? Ich? Ich muss das gerade mal üben. Ohohoho. Soll ich mitmachen direkt? Ohohohoho. Weißt du was? Ich finde, wir sollten auftreten damit. Das ist voll der gute Tusch. Das ist voll der gute Tusch. Moment. Uhu. Aber, ich glaube, hier ist es ein bisschen zu eng, um aufzutreten. Stimmt, es wird total leid. Lass uns einen Platz, wo wir auftreten können. Okay. Und Leute, vor denen wir auftreten können. Au ja. Auf geht's. Am Fall. Sagen wir doch Tschüss, oder? Oh ja, wir müssen doch Tschüss sagen. Tschüss. Wir müssen uns auch bei den Leuten bedanken und uns noch ordentlich verabschieden. Oh, total vergessen. Ich komme ja schon. Okay, drei, zwei, eins, danke und Tschüss.